Ibrahimović. Das ist jetzt seine Chance. Ibrahimović. Und Tor. Zlatan Ibrahimović ist da. Und den kannst du einfach nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Dafür ist der zu gefährlich. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht. Ein richtig schönes Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So ein Ball, so einer. Der ist absolut unhaltbar.